1 moin moin und herzlich willkommen zu need for speed world mit dem virus und marcus so wie ich virus kenne macht er direkt erst mal gleich die extra runde rein ich habe gar nicht ich muss auch um die kurbe kommen bitte ihr beiden kommt mal ja bei so eine runde asics die schöne alte rundkursstrecke von damals ich kann die voll nicht mehr hier gibt es ja für gebäuden elektrischer marsch ich hänge ich mir marsch und er ist recht wieder ruhig hinter mir der ist hier aber auch ein paar passanten unterwegs natürlich seht es richtig das hat eine schöne s-klasse hast und so kannst du auf dieser strecke auch heftig damals besucht und ohne ende eine porsche gt3 das war was geil mit der alten crew das fliegt auch kicken oh junge boah geil heftig aua ah lebasti oh nee ja aufsache erstmal schön nur aufnipro einsetzen oh gibt's denn nicht kenn ich dreck nicht ich bin auch grad voll in die wat geballert weil ich eigentlich nicht mit so einer scharfen kurve gerechnet hab ich auch nicht hauptsache er fährt wieder voraus oder ich hätte gehen ja früher auch noch gefahren solltest du eigentlich kennen ey ich hab dich fast nie gefahren oder selten steckt der schon wieder das ist ja schon jahre her oh man ja was denn komm mal ran hier komm mal ran hier ihr kommt doch zu uns äh kommt doch zu mir ihr wollt es nicht schlimmer zu sein seit wann kommt der knochen zum hund ja hör mal dass es leckerer knochen ist hee 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 komm mal jetzt hier sonst werde ich ungemütlich ja komm doch wo ist das fressi fressi ist das so scheiße jetzt hab ich das kopf kino ne wie er in dein kopf kaut ne ich muss sagen war der ganze knochen voll an den knochen sowas an den du denkst will ich gar nicht hast du ja schon ran ne 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 bis auf w Condio danke ja � Stephen der 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 Ende eigentlich auch, dass wenn du mit dem Auto bei dem Spiel hier fliegst, dass du das Bedürfnis hast, das in der Luft zu lenken, so über GTA. Ja, leider. Also dann darfst du nicht lenken, sonst haut es sich weg. Ich lenke mal dagegen, wenn ich im Flug. Flugsteuerung gibt es hier aber nicht. Nein, bis ich über Taxi. Nee, GTA 5. Flügel raus und dann erstmal irgendwo im Zugang. Kurve verkackt, ey. Rundenzeit 4, 4, 6. Dicht. Was ist denn, Beugas Rundenzeit oben rechts? 4, 24. Du musst aber keine Runde fahren, du Idiot. Nee. 4, 37. Nee, 4, 38. Mal ein bisschen die Folge in den Länge ziehen, damit du mal 10 Minuten kommst. Erstmal der Ex-Runde. Ach, wieso? Geht doch schon 5. Alles gut, aber. Keine niedliche, kleine Folge. Ich kann ja nicht zulassen, dass du so schnell gewinnst. Du musst auch schon ein bisschen was dafür tun. Ich kann leider nur nicht dabei helfen. Kannst du keine extra Runde raushauen? Ach doch. Ich kann mir hier nichts. Du hast die höchste Höchstgeschwindigkeit, Markus. Du kommst einfach nicht hinterher. Ich weiß selber nicht, was das ist. Oh, 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 das tut weh. Au, au. Karma, Junge, Karma. Jeder das, was er verdient. Du fragst dich, wie es verdient habe, Baby. Auto. Noch ein Auto. Erstmal schluss. Ah, nein. Okay, ich wollte im Tunnel die Spur wechseln. Das hat nicht so gut funktioniert. Das war 71, fährt mein Problem, ne? Das ist doch schon mal gut. Hier steht schon wieder ein Auto rum. Ich kann bedenken, wer das dahingestellt hat. No. Ich war es nicht. Ich auch nicht. Ohne meines Wissens. Ich habe kein Auto mitgenommen. Wie frech der Lügen kann. Wer guckt dir hinter die Aufnahmen an und dann sei ruhig. Mit von mir. Aua. Au, das tut doch weh. Was fahre ich denn für eine Wichse zusammen hier. Wer hat das, was er verdient hat. Ach, halt die Schnauze jetzt, ey. Wiederholst dich. Ich weiß. Ich wiederhole mich aber gerade gerne. Weil ich verdient. Was? Ja, wer vorne ist, muss auch mal gewünscht werden. Warum gibt es ja eigentlich kein Verkehrsmagneten? Warum gibt es ja eigentlich keine extra Runde? Na, egal. Ach schon. Weil die schon gezündet wurde, du Vogel. Wurde mir nicht angezeigt, weil mir steht hier mal noch Runde 2 vor 2. Ne, ich habe aber eine geschmissen. Ich habe auch eine geschmissen. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, ist das dann mega mies. Doch, das funktioniert eigentlich. Da müssen wir noch eine Runde fahren und er kann hier schön seine 2 Runden fahren und es ist glücklich. Und sich dann die Eier graulen. Ich glaube, das hat es hackt. Ja, aber gehackt es, ey. Wenn ich ja jetzt sehe. Ha, Gewinner! Das ist so unfair. Jetzt, wir dürfen nur mal eine extra Runde fahren. Das habe ich gehabt. 8, 8, 13, 79 für 2 Runden. Na ja. Warte mal, ich bin jetzt auch sofort im Ziel. Ich darf bestimmt noch eine dritte Runde fahren. Ich gucke gerade. Bei mir wird aber noch keiner angezeigt, dass einer auf der Karte kommt. Ist doch da jetzt. Ja, die extra Runde gilt nur für einen selber. Ist ja schön. Eigentlich müsste die für alle gelten. Ja, eigentlich, ja. Was macht die extra Runde dann für einen Sinn, ist die Frage. Das ist ja voll behindert, ey. Was haben Sie da kaputt gemacht, ey? Ja, und... Das ist ja mal so doof. Nee. Also... Nee. Spiel ist abgestürzt. Ich habe gar nichts gekriegt dafür, super. Ich auch nicht. Spiel ist abgestürzt. Okay, da haben wir einen neuen Back. Da hätte ich mir die 10 Minuten noch an der Eier rumspielen können. Der und seine Eier. Ihr müsst aber Bescheid, wenn ihr Rundkurs fahren wollt, dann müsst ihr alle eine extra Runde mitnehmen. Bei mir wurde nicht gesehen, deswegen sind die rausgeflogen. Ist natürlich jetzt, okay, die brauchen die Runde nicht fahren, aber bitte daran denken, das ist der Back. Schade, aber na ja, so ist es. Also, ich bedanke mich fürs Fahren und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Also, danke, tschüssi, V mit Schau, V. X. X. Birgit. Birgit. うm, zwei, drei, vier, 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 vier,artet. Vielen Dank.